recht herzlich willkommen zur 44 folge von planet nomads neue version 8.6 war es und verbesserung und irgendwelche sag schon rotoren oder sowas haben sie neu gemacht und wir sind auf der suche nach kohle wir müssen unbedingt uns erholen weil unsere energie ist auf null jetzt müssen wir erst mal kohle haben hier müssten wir das eigentlich kriegen weil hier war letztens kohle drinnen ein bisschen was ab aber silizium ist hier nur gucken was wir hier noch was rausholen aber die batterie ist immer leer da war wieder kohle dabei schau dass wir hier was kriegen und immer wieder ist die batterie leer dann müssen wir wieder warten wir brauchen noch kohle und immer wieder ist die batterie leer kommt gerade auch gar nichts raus und immer wieder die batterie leer wir brauchen mal den anzug mit mehr energie glaube silber haben wir gekriegt silber brauchen aber nicht jetzt haben wir noch durst was das hier aluminium und kobold brauchen wir auch nicht ja brauchen was anderes immer wieder ist die batterie leer das ist nervig die nacht ist da oben schon am durchziehen kommt alles raus aber keine kohle wo sind jetzt die ressourcen woanders was machen ich weiß es nicht probieren wir es mal hier vielleicht hier was heißen aluminium silber silber silizium aluminium silizium 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 batterie batterie leer die sonderkommt wieder hoch ja klappt nicht batterie leer so zweites mal kohle gekriegt dann können wir erst aber wir brauchen noch biomasse hier nehmen wir das hier da haben wir drei das müsste reichen gucken wir mal hier rein ob wir den schlafsack machen können wir brauchen erstmal stoff silizium den können wir machen aber da müssen wir noch was rüber packen silizium auch darüber nur jetzt sollten wir wir brauchen zwei mal stoff also heißt das wir brauchen noch mehr kohle das ist schlecht dann brauchen wir jetzt nochmal zwei mal kohle ja was hier drinne gar nix super oder dicker stein und ist nichts dran da kriegen wir jetzt holz beziehungsweise biomasse stumpf auch weg silber aluminium gibt es hier nichts was wir gerade brauchen wir brauchen kohle na bauen wir den stein erst ab aber da ist nix drin ne oder doch jetzt zwei eisen biomasse gab es da aber kein doch da war einmal kohle jetzt ne aber wieder batterie leer aber da haben wir gerade noch einen gekriegt jetzt gehen wir weiter gucken wir jetzt das zweite stoffstück kriegen und da rein das zeug rüber und silizium haben wir auch noch das hat ausgetauscht nochmal jetzt hat es geklappt jetzt machen wir den stoff das zweite mal und dann können wir den schlassack machen so dann werden wir uns erholen und dann wird die gesundheit auch wieder steigen können wir nochmal was essen jetzt haben wir den schlassack dann können wir noch ein paar sachen rüber packen und nicht geklappt das decken den können wir da auch reintun silizium haben wir noch und kobold da geht noch einer hin und das alles da rein so zwei haben wir schon auch noch panzerung da fehlt uns wieder die kohle elektroteile kohle komponententeile fehlt kohle m es fehlt immer das gleiche irgendwie slide der immer hin und her ich weiß auch nicht warum er schiebt sich da immer hin und her keine ahnung was das soll im back oder so so dann muss man schlafsack gucken legen wir uns hin wir müssen erstmal gucken dass wir was essen und trinken damit wir fit sind und dann schlafen macht sinn ja können wir jetzt das noch nehmen dann nehmen wir nehmen erstmal das da raus das ist da falsch lassen wir ein paar hier oder was nehmen wir da mit 30 bleiben hier dann gehen wir in die pferdmaschine und dann produzieren wir da erstmal den da rein und nehmen wir da mit 32 passt ja zwei sind drin die nehmen wir trinken brauchen wir auch noch läuft noch ein essen nehmen wir den nächsten nehmen wir noch einen läuft schon wieder einer beziehungsweise ist schon einer den packen wir rüber den packen wir rüber und der schiebt sich wieder rüber das ist ein bug ne so warum sind jetzt hier vier weiß ich nicht das wieder raus essen essen läuft noch ein paar mehr und essen ja ja nächste ja 28 haben wir jetzt noch müssen noch mehr essen dann 33 noch eine und rechts klicken und essen 97 97 lass uns noch mehr davon machen wieder einen rüber und wieder einen essen wir können ja auch von daraus essen glaube oder können wir den mal ausprobieren da ist er rechtsklick essen läuft ok jetzt haben wir 44 noch zwei dann haben wir 50 und dann ist es erstmal gut zum kümmer schlafen ja 48 einmal noch dann können wir da ist er ah ne der ist noch da es muss noch mehr sein wie 50 war es 55 ich dachte es wären 50 ne sagen wir naja 55 ich glaube 55 ist es ja ne einen noch so komm da ist er jetzt klicken fertig passt so schlauern nicht schlauern so schlafsack und dann können wir schlafen uns erholen ja okay läuft wir sind durstig wir schlafen und wir werden müde super oder noch was trinken super läuft da kann man was essen noch ein noch ein wenn er gleich abgekühlt ist ja lassen wir noch ein paar machen und lass uns gerade wir brauchen noch mehr kohle nimm da noch einfach mit gut jetzt gehen wir zurück und buddeln uns hier rein schauen dass wir kohle kriegen silizium und kobalt kohle kein todesgestein kein todesgestein nur mehr von haben batterie ist wieder leer noch ein bisschen ja kommt nix da hast du ausgenommen ist noch ein bisschen höher weiter gebuddelt silber ich will kein silber ich will kohle da ist er aber mehr brauchen wir silizium noch mal ein bisschen buddeln jetzt aber wieder hunger noch mal silizium und tiefer und tiefer tja silizium und das ist eine selbe Ader oder? ja selber Aluminium ja bringt also nix und kriegen wir dann noch was raus was wir brauchen und ja irgendwie kommt keine kohle raus ist nix drin wo ist denn hier der ausgang jetzt? wo geht's lang? da? ne da ok da ist raus ja super höhle ja super höhle nochmal kohle hier vorne ist er ja buddeln wir da noch ein bisschen ja super noch mehr kohle noch mehr kohle bitte so jetzt wieder batterie leer aber jetzt sind wir gleich draußen jetzt haben wir das geräusch von außen das war unten in der höhle weg das war unten in der höhle weg ja und kriegen wir das hier noch weg gerade da ist nochmal kohle oder? und komm mal da jetzt raus so jetzt aber gut jetzt sind wir hier wieder draußen und dann gucken wir nochmal an den 3D Drucker ja aber wir werden jetzt müde wir brauchen da das reinpacken und das können wir lass uns erstmal zwei Platten machen zwei Elektroteile geht auch und hier dann noch zwei Komponenten sieht aus als ob das alle geht, oder? so dann können wir den mittleren 3D Drucker machen und dann kommen wir weiter, ne? der ist voll da müssen wir also was rausnehmen Elektroteile raus nehmen wir das da rein und das machen wir da rein können wir stapeln das Elektroteile wieder raus das kann da noch rein und das auch noch so aufgeräumt ist da kommen die Komponententeile und einer fehlt uns noch und da fehlt uns wieder die Kohle super gut aber das machen wir in der nächsten Folge und ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss